So, okay, dann machen wir Cello, Abi, äh, Cello A, aber Cello Abi trotzdem. Cello, 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 Abdi und Waisel mit dem Song Besuchstag. Alter, Leute, was ist denn hier los, Digga? Besuchstag. Alter, das wird doch jetzt gleich Flashback sein Vater. Ja, warte, guck mal, hör mal. Nein. Ja. Hä, Wollabiger. Hab ich auf TikTok gesehen, Alter, ich freu mich übertrieben. Hä, Wollabiger, wie lustig, Digga. Flashback, sein Vater wird das, Alter, das wird legendär. Ich freu mich übertrieben. Ja, gib ihn. Wir gehen rein, let's go. Ey, wollah. Live-Version, oder was? Ja, Wollah, Live-Version, Digga. Wollah, wie geil. Wollah. Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Mutter, ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch, erkenne ich schon vom Fenster. Sam, hey, ja, jimmer. Dein Sohn ist ein Gangster. Drogenhändler, Drogenhändler statt Banker geworden. Wollte und konnte nicht den Eltern gehorchen. Erforschen, wo meine Grenzen sind. Jetzt kratze ich täglich, striche an anders. Er hat hart geackert und auf Rauschgift gekackt. Seinen Vater stolz und was aus sich gemacht. Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Mutter, ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch, erkenne ich schon vom Fenster. Aber ich glaube, wenn die das so rausgebracht hätten, beispielsweise in der Version damals, hätte das, glaube ich, nicht so geknallt. Ich glaube, das ist jetzt für uns einfach so geil, weil wir schon von damals einfach Flashbacks haben. So, die Nostalgie-Märchen. Ja, Nostalgie, genau. Besuchstag, Sitz, weil ich keinen Verpfiff in der U-Haft. Vater und Bruder sind zu Besuch da. Beim letzten Mal waren schon die Jungs da. Hofgang pro Tag, eine Stunde, drehe meine Runde. Aufleger, Nogga, 23 Stunden Bunker. Wegen Kunden, die nicht wussten, wie es geht. Da hab ich mein blaues Wunder erlebt. Zu spät, denn für nix gibt's ne Garantie. Heute geht's hier gut, morgen bist du inhaftiert. Ob du richtig liegst, erkennst du nur sehr spät. Erst wenn du merkst, dass kein Zurück mehr geht. Wie der Makedone mit dem H dann nur davon spricht, wie er nächste Woche wieder am Bahnhof tickt. Oder da, der hab ich aber Fußballtalent. Ohne Zweck, jetzt muss er fünf Jahre weg. Bootsbach, Erwachsenenvollzug, Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch, erkenne ich schon vorm Fenster. Sam, hey, ja, immer, dein Sohn ist ein Gangster. Bootsbach, Erwachsenenvollzug, Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch, erkenne ich schon vorm Fenster. Sam, hey, ja, immer, dein Sohn ist ein Gangster. Ostendorf, Weiterstadt, Bochum, Aachen, Rutsbach, Heimsheim, Stammheim, Stadelheim. Ach so. Scheine, du kannst, bevor du sitzt. Alles oder nix. Aslachs. Oh, wie geil das kommt dahinter, ne? Die Stimme. 100%. Walla, geil. Ja, geil, Alter. Full Flash-Bestiger, Walla, Walla, war cool. Also ist so ein Nostalgie-Feeling, richtig cool gemacht. Ich hatte kein Nostalgie-Feelin. did die Eins nicht